Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Elex. Ja, ich habe mich mal ein bisschen noch kurz zum Dorf umgesehen und habe jetzt den Teleporter gefunden. Ich bin schon ein paar Mal da scheinbar dann vorbeigerannt, wo die Wärts vielleicht sogar schon gesehen haben. Dieser befindet sich direkt hinter mir. Da oben in dem Hauptgebäude steht der Teleporter zum Lager der Mitte. Und schon können wir uns jetzt auch ab sofort hierher teleportieren und müssen nicht immer den langen Weg nehmen, was ja schon mal nicht schlecht ist. So, heute haben wir ja dann gesagt, wenn wir uns mal unser neues Domizil anschauen, was wir bekommen, das wird wahrscheinlich die Hütte da oben sein, wo es noch abgeschlossen ist. Und dann gucken wir mal, was wir da alles so haben. Aber erstmal können wir ja nochmal ein bisschen noch mal ein bisschen noch mal ein bisschen. Also vielleicht ist es sehr gut. Das habe ich nicht mehr so viel, ne? Gut, leistungssuppe, hier noch Bürger. Ne, er bräuchert das. Da kommen wir hier noch vier nochmal. Sehr gut. Da haben wir uns ein bisschen was mit Essen gemacht. So. Ei, guck mal hier. Unsere... Gar nicht so übel hier, oder? Nö, partout nicht. Also ich muss sagen, mir gefällt das Lager bis jetzt am besten. Und ich finde es schade, so wie es scheint, dass wir uns dieser Gruppierung nicht direkt anschließen. Aber wir führen sie zwar dann an. Hat aber nicht ihre eigene Rüstung. Und wir müssen dann halt uns trotzdem einer Fraktion erstmal anschließen. Aber hey, Harley. So, Kumpel. Da ist das gute Stück. Danke, mein Freund. Deine ganz schöne Plackerei ist, hierher zu bringen. Wie sieht's denn aus? Mann, Mann. Das Ding ist ganz schön hinüber. Ich werde eine ganze Weile brauchen, um es wieder in Gang zu bringen. Aber wenn du Schatten... Ui. Kurz vor der Exekution. Zustandsberecht. Der Gleiter ist voll einsatzbereit. Doch gibt es noch einige kleinere Beschädigungen der Außenhülle. Wie schlimm ist es? Nichts Gravierendes. Jedoch befinden sie sich an einer Schwachstelle der Flugmaschine. Schwachstelle? Was bedeutet das? Tja, sagen wir so. Wenn man weiß, wo man ihn mit einem gezielten Schuss treffen müsste, nun, dann könnte es gefährlich werden. Ich habe keine Zeit mehr. Das Risiko werde ich eingehen müssen. Den Gleiter startklar machen. Jawohl, Commander. Ah, der Kalax wusste davon. Wahrscheinlich durch den Alpsörder. Interessant. Ey, Kumpel. Ah, kommt schon wieder. So wie es jetzt ist, würde ich keinen Alp damit starten lassen. Obwohl, der Reaktor macht mir etwas Sorgen. Die Reaktorspule hält nicht mehr lange, fürchte ich. Aber egal. Lass mich erstmal machen. Ich sag dir später, wenn ich noch was brauche, okay? Du hast ein Lager bei uns aufgeschlagen. Wahrscheinlich nicht die schlechteste Idee. Ha. Dann willkommen auf dem Präsentierteller des Wahnsinns. Große Ziele, stetige Mutantenangriffe und kleiner Lohn. Genau das Richtige für Beknoppte wie uns. Du bist jetzt unser neuer Anführer, habe ich gehört. Richtig. Na, dann kann ja nichts mehr schiefgehen, was, Kumpel? Ach, nö. Wie willst du eigentlich angeredet werden? Mit Big Daddy oder Captain? Nicht so wichtig. Andererseits, ich denke, Commander wäre passend. Ah, Sir. Dann auf gute Zusammenarbeit, Commander. Jax reicht vollkommen. Ey, warte. Ich wollte noch mit dir reden. Ist ja nett mit dir zu plaudern, aber ich habe noch eine Menge zu tun. Oh, okay. Dann nicht. Gut. Gut. Ich habe euch aber versprochen, das allererste, was wir heute noch machen werden. Wir haben ja jetzt einen neuen Punkt. Wir können endlich die Rüstung nochmal weiter skillen. Wir gehen... Können wir... Ich weiß nicht mal jemanden. Ne, die haben nur Kampflehrer und Persönlichkeitslehrer, ne? Genau. Wir gehen kurz mal nach Goliath zu Born, zum Jason und holen uns dort mal fix den Skill, sodass wir nochmal eine bessere Rüstung haben. Dann müssten wir auch ein bisschen mehr Verteidigungspunkte haben, wodurch wir dann in den Kämpfen vielleicht etwas besser bestehen können. Vielleicht. Wir werden auch nochmal ein Level dann in Konstitution investieren, um uns dann gleichzusetzen mit Stärke. Dann sind beide auf 61 und dann können wir nämlich auch nochmal die Ausdauer noch einmal hochpushen. Dann haben wir beide Punkte auf 60 und dann müssen wir halt überlegen, ob wir jetzt wirklich hier hineingehen oder ob wir erstmal ein paar Punkte dann schauen, wo wir uns zum Beispiel sagen, ja wir brauchen auf FIFA Geschicklichkeit. Muss ja auch 55 hoch, damit wir den letzten Perk im Nahkampf Waffen bekommen können, also werden wir wahrscheinlich dann auch ein bisschen auf Geschicklichkeit gehen. Was natürlich uns zum Gute kommt, da können wir auch die Fernkampf Waffen ein bisschen skillen, wir können ein bisschen unsere Sachen hochskillen. Maschinenkiller weiß ich nicht, ob wir da irgendwann mal hineinkommen, weil wir dafür Intelligenz brauchen. Da wir ja ohne die Elix-Tränke am Anfang spielen wollen, bis wir das Spiel durch haben, könnte das schon schwierig werden. Hey du, bring mir mal was bei. Bring mir etwas bei. Alles klar. Wir erhöhen die Rüstung. Sehr schön. Der nächste Punkt ist 85. Konstitution. Oh Mann, das könnt ihr ja vergessen. So, und jetzt, Technik. Ja, aber die brauche ich. Jetzt schauen wir uns unser neues Ziel an. Das ist sozusagen unser neues Lager dann auch. Meine Leute sind jetzt auch alle hier, wie es scheint. Guck mal, da ist der Arx. Okay, dann schauen wir mal hinein. Aber Leute, in unserem Lager müsst ihr die Ratten beseitigen, okay? Das wäre das Beste. Zwecks Krankheiten und ähnliches. So, dann auf hinein. Mensch, das sieht ja fast so schlimm aus wie bei Vorlord 4, ey. Wird hier keiner aufgeräumt? Oh Mann, 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 Mann. Erschlossen. Okay, hacken müssen wir also scheinbar auch noch mal spielen, damit wir diese Dings aufbekommen haben. Ich glaube nicht, dass wir hier irgendwo einen Code finden. Hier ist eine Kiste. Oh, ein weißer Stein. Nehmen wir mal mit. Äh, Puzzle. Ah, guck mal, Kartenstück, Kartenstück, Kartenstück. Interessant. Erschlossener Tresor. So nicht. Ja, nee, ich wollte ja auch eigentlich... Okay, der scheint sich zu öffnen, wenn wir das Puzzle komplett haben. Dann haben wir auch schon mal was, worauf wir uns als nächstes konzentrieren, ne? Dass wir diese ganzen Stücke suchen müssen. Mächtigen Heiltrack haben wir doch schon, oder? Anleitung. Anleitung. Ja, wir brauchen einen dauerhaften Heiltrank. Den brauchen wir. Joa, joa, die Kammer sieht schick aus. Äh, Bär, äh... Warte mal, wer mit die Kartenstücke drinnen, ne? Äh, das noch ein Weinchen. Den nehmen wir auch noch mit. Ich hätte jetzt mehr gehofft, dass hier mehr drin ist. Google ist leer. Ja gut, das bringt jetzt nicht viel. Ne, quatschen wir mal noch mit dem Big Daddy. Hab mich echt, dass ich diesen Namen ausgedacht habe. Hey du. Nö, du kannst mir noch was beibekommen. Okay, ich glaube, wir müssen da mit der Dame da unten reden. Gut, dass wir uns ein bisschen was an Alexit aufgehoben haben. Äh, hi du. Ich möchte für den Ausbau des Lagers spenden. Zeig mal, was kann ich denn tun? Ich möchte für den Ausbau des Lagers spenden. Kein Problem. Was würdest du gerne ausbauen? Oh. Natürliche Einrichtung? Technische Einrichtung? Praktische Einrichtung? Ähm, auf jeden Fall, lass uns mal einen Händler anheuern, bitte. Sehr schön. Händler ist immer gut. Da können wir was kaufen. Die Leute können was kaufen. Perfekt. Hat noch tausend Spiele da gehabt. Ich möchte für den Ausbau des Lagers spenden. Kein Problem. Was würdest du gerne ausbauen? Ähm, was ist denn eine praktische? Ich würde gerne eine natürliche Einrichtung haben. Sag mir, was ist denn das? Ah, das ist so Richtung Berserker, ne? Nö, das passt. Das behalten wir auch. Ich möchte für den Ausbau des Lagers spenden. Wir wollen uns den Berserkern anschließen. Was würdest du gerne ausbauen? Ah, ja. So, damit ich auch immer eine Werkbank habe, nehmen wir mal die von den Berserkern. Dann habe ich auch noch eine Werkbank dort. Oder hier. Passt. Sehr gut. Dann können wir uns auch erstmal... Aber jetzt hast du auch erstmal nichts weiter, ne? Wir können nur noch hin- und herswitchen wahrscheinlich. Kein Problem. Was würdest du gerne ausbauen? Nö, nö, nö. Ich danke dir, Annie. Danke dir. Das war sehr lieb von dir. Gut. Jetzt gehen wir mal nochmal zum Händler. Ob der vielleicht auch was Schönes hat. Vielleicht hat er dieses coole Ritter. Kann ich mir... Oh, guck mal, kann ich bitte. Ja, guck mal. Moin. 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 Leute, was habe ich gesagt für den Ratten? Macht die Ratten platt. Ganz wichtig. Könnte uns noch übel werden. Hallo. Hi. Sag mal deine Ware. Zeig mir deine Ware. Natürlich. Waffentechnisch? Ja, genau. Die brauchen wir auf jeden Fall wieder. Guck mal, jetzt haben wir auch nur noch 15.000. Also ist schon ein bisschen runtergegangen. Ne, das bringt mich, wir haben ja schon was Besseres. Der Schnaps hat der Mächtigenheit 338 in der Seefeld. Hier noch so, genau, Anleitung, ne? Das ist schon wichtig. Elixier der Quantität. Wenn man dauerhaft mehr Sprung vergleichen, die Zeit einnehmen kann. Holy. Hier der Ausdauer. Da kann man ja tatsächlich dauerhaft die Ausdauer erhöhen. Ach du. Genial. Gekauft und gekauft. Geile Sache. Entschuldigung, aber das ist der Wahnsinn. Das ist ja der Wahnsinn. Würde mich 2.400 kosten, ne? 1.200, damit könnte ich es noch geben. So, pass mal auf. Wir haben ja jetzt ein bisschen was. Die Waffe brauchen wir nicht mehr. Ich bleibe jetzt bei der Einhänder. Einen Granatwerfer kann ich dir auch noch schenken. Die Armbrust kriegst du auch. Ich werde beim Bogen bleiben. Ich werde wahrscheinlich auch auf die Geistersehne gehen, weil Stärke 70 ist recht schnell erreicht. Hier weiß ich nicht. Ja gut, könnte man noch behalten. Ist aber schwächer eigentlich als der andere. Der kommt als nächstes. Den haben wir jetzt. Das geht eigentlich. So, was haben wir dann noch hier? Das brauchen wir nicht so weit. Das verkaufen wir mal gleich. Multitalent. Ja gut, das sind so Dinge, die können wir erst mal behalten. Aber wir müssen jetzt mal gucken, dass wir wieder ein bisschen Geld hineinkriegen. Wir haben jetzt eine Menge ausgegeben. Ich bin so einer, ich versuche mal ein bisschen das Beizubehalten. Ne, 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 ne. Ja, hier, das kannst du an, das kannst du an, das behalten, aber wir daraus noch machen. Wir haben ja ein paar Feen, Bornplatten, Dacheln, verschiedene Krallen, Sehne, Knochen. Was haben wir denn noch? Genau, wir hatten unten noch ein paar Sachen gefunden. Emma, Franztaschen, Öllampen, Gesen. Ja, guck mal, wir haben auch schon wieder was angesammelt. Also mit zwei Mal überhalten, dann guck mal, wieder 15.000, das ist schon mal etwas. Wohl 485 Jahre. Yep, 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 yep. Das ist wunderbar, sehr wunderbar. Die kannst du haben, die brauchen wir nicht mehr. Das brauche ich nicht mehr. So, wir haben Sprenggranaten, die Kanzler haben, die Kanzler haben geschaffen, der Strahlungsparton kriegst du von mir. Die Bolzen, ich bleib beim Bogen, wird meine Waffe sein. Hier gibt es noch mehr Bolzen, Brennstopfe, die Holzpfeile braucht ich, Energiezelle und Sprottparton. Somit haben wir wieder ein bisschen was gemacht. Handel, 0 von 2 gut gerüstet. Ach so, ja, ja. Ja, ja. Hat mir ja schon jemand erklärt, was das heißt. Das war jetzt die Quest für den Rock, wenn ich mich für die andere Richtung entschieden hätte mit diesem Granatwerfer. So. Wunderbar, wunderbar. Wir werden jetzt ein bisschen braun. Und zwar, nee, die sind mir egal. Elixier der Heilung. Maximale Gesundheit wird dauerhaft erhöht. Von denen haben wir zwei Kronenstücke und zwei Wasserflaschen, genügend Schnaps. Wir können sozusagen zwei anfertigen, erhöhen damit unser Livepool noch mal ein bisschen um 40 Punkte und ein Elixier der Ausdauer. Goldraune brauchen wir dafür. Wir können fünf Dinger herstellen und können damit die Ausdauer dauerhaft erhöhen um 100 Punkte. So. Wollen wir dann aber auch gleich mal testen. Also den Trank, den normalen, den können wir ja nehmen jetzt schon mal. Ganz ruhig. Ja, ich weiß. Weiß. So, wir machen jetzt erstmal das hier. Plus 20, plus 20, unser Livepool. Da haben wir eine Menge für... Oh, du willst schon Stücke? Zack. Wollen wir mal was? Hier könnte man verweilen, wenn wir Zeit hätten. Wer bist du? An und Siedler. Ja, lecker. So. Wir gucken mal. Also guck mal, wenn wir unseren Standardangriff machen, ist ja der E-Taste. Einmal. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Oder halt, dass wir den Q drücken dann. Also sechs Schläge mit dem ersten, dem starken Angriff. Vier normale. Und dann unseren Wuchtschlag. Jetzt werden wir die Ausdauertränke nehmen. So. Jetzt bin ich gespannt. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Und dann der Elfte. Wir machen, boah, ist das herrlich. Elf Schläge. Da vorne ist ein harter und ein Wuchtschlag dabei. Sprich, neunmal können wir den normalen Schlag tätigen. Wir haben jetzt richtig Power. Das ist geil. Und wir spielen ja noch den Perk als nächstes nochmal, wo wir noch mehr Ausdauer haben. Also Ausdauer haben wir jetzt mehr als genug, würde ich sagen. Da können wir auf jeden Fall lange, 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 lange kämpfen. Das ist geil. Ey, wirklich, der Wahnsinn. Das hat sich wirklich gleich mal richtig gelohnt. Und wir, man muss dazu bedenken, wir spielen auf der höchsten Schwierigkeitsstufe und wir haben auch noch uns keiner Fraktion angeschlossen. Also, hup, ich wollte da fallen und Bein brechen. Das wäre jetzt doof. So. Und wie sieht es hier aus? Das sieht schön aus. Den Tresor, ja, ich weiß gar nicht, wie ich den aufkriege. Könnte das die Vierhäuser-Reihe sein? Hm, mal gucken. Mal gucken. Ich glaube, das ist das Berserker-Zeichen, ne? Ja, glaube ich. Sieht zumindest alles ein bisschen ordentlicher aus als vorher. Ja. Sehr schön. Ey, das ist richtig genial. Da bin ich jetzt mal richtig gespannt, wie es weiterläuft. Woo! So, wir haben ja noch. Das haben wir jetzt erledigt. Was haben wir denn jetzt so an Quests? Was wollten wir noch erledigen könnten? Ah ja, genau. Ich brauche immer noch den Steckbrief. Der habe ich ja noch nicht alle. Da muss ich ja noch warten. Edan ist Töte Stormstone. Abwässer. Genau, wir haben noch die Raketenbohnen. Die wollten wir einmal erledigen. Und wir finden noch einen Audiolog, der ganz in der Nähe ist. Na, Mensch. Dann machen wir das. Dann haben wir den auch gleich mal fertig. Wie viel fehlt denn eigentlich? Die Leveler haben wir erst gehabt. Aber wir sind schon wieder bei fast einem Viertel. Geht jetzt auch nicht mehr so viel. Hi, Arx. Ich denke, ich weiß schon, wo ich mein Vorhaben umsetzen kann. Ich werde mich nun um die Umsetzung kümmern. Am besten, wir sprechen morgen noch einmal darüber. Dann sind meine Vorbereitungen abgeschlossen. Du weißt ja, wo du mich im Lager findest. Äh. Okay. Du bist nicht der Erste, der mir das erzählt. Ja? Wirklich? Da haben wir eine Meinung. Warte mal, was haben wir dann da noch? Ah, guck mal. Falk. In der Eiswüste holt man sich nur Frost. Hey, Falk. Wie sieht's aus bei dir? Wie sieht's aus bei dir? An deiner Seite zu sein, ist eine sehr interessante Erfahrung. Starke Emotionen zu haben, kann gleichsam Fluch oder Segen sein. Ja, alles stimmt. Man sagt, dass gute Taten auch immer Gutes hervorbringen. Doch gibt einem die Kraft der Wut und Aggressionen die nötige Stärke, um seine Ziele leichter erreichen zu können. Das seh ich auch so. Wut und Aggressionen können manchmal auch sehr hilfreich sein. Aber muss man gut kanalisieren und richtig einsetzen. Hey, Kaya. Und wie geht's dir? Wie geht es dir? Alles gut. Danke der Nachfrage. Das ist schön. Ja, du meldest dich, ne? Wenn du dann weitermachen möchtest. Oh. Ein Schakal. Wär eigentlich auch schon ein geiler Perk, wenn du die Möglichkeit hättest. Ich muss nur von meinem Lager nicht aufholen. Kann nicht sein. Also wie wirklich. Haben wir nun schon Schakal und der fördert keine Ratten. Nein. Was ich sagen wollte. Ja, genau. Wenn man Tiere sozusagen zähmen könnte, wäre halt richtig cool gewesen. Ah, guck mal in dem Heustchen da wahrscheinlich, ne? Da bin ich immer gespannt. Boah, ist das geil. 40 Punkte mehr Leben. 100 Punkte mehr Ausdauer. Guck mal, wie lange wir auch jetzt rennen können. Das ist einfach nur herrlich. So. Haha. Ey, ich fühl mich richtig cool dabei. So, 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 so. Das meiste aus dem Schuttier haben sich andere schon gewohnt. Boah, ist ja auch okay. Oh, interessant. So, da ist die Bohnenliebe. Aber ich möchte erstmal ganz kurz. Ganz kurz. Ja, ich bin nur, ich gehe den Herbert aus dem Orbit mal abschalten. Um mir dann auch das andere da anzuhören. 15 und 64. 64. 64. 64. 15. Meint er damit. Da bist du. Ähm, mal gucken, was sie ein bisschen heller machen können dadurch. Ich glaube nicht. 64. 15. Es gibt hier einen Tresor. Erstmal mal noch einen gelben Stein. Das finde ich schön. Musse jetzt nicht sein. Naja. Okay. Ja. Hi. hip hopp. das sieht eigentlich schon gar nicht so schlecht aus euch das leben gleich krieg so genug meine nutzt ihre laufen ja ihr bevölkert bis hier nach oben hin was so 6 4 1 5 schlafsack so wir wollen dann erstmal spielanleitung meisterbrief ah pen and paper hier was 12345678 wohnliebe 1 zeichnet das ding schon auf ja aber wozu soll das gut sein mit die anderen wissen wollen wir aufgebrochen sind wenn sie diese nachricht finden können sie unserer spur folgen also wirklich suchen natürlich wir können ihn nicht hängen lassen dann finden wir einen halbwegs sicheren ort und dann haut der sack ab meckern bringt uns auch nicht weiter also pack deine sachen wohnbrechen wir überhaupt auf juliet das mal gut geht eure freunde werden nur leider scheinbar nicht hinterherkommen hellenbrief 6 hellenbrief 7 meisterbrief ergebte spielanleitung bei hellenbrief 5 hellenbrief 1 wenn man da war noch ein briebner endenbrief 2 ein brief ein brief 4 coole sache ich lese gleich keine angst aber wenn der granaten wer sollt ihr jetzt alles wachen ein siedler bitte lass uns hier in ruhe leben nimm dir was du brauchst und verschwinde wieder bitte ich ich aber okay ich behalte bitte tu uns nicht wir versuchen doch nur friedlich hier zu leben nimm dir was du brauchst und dann geh bitte wieder erzähl niemandem dass wir hier leben ich wusste nicht mal dass ihr hier lebt Entschuldigung keine angst ich wollte eigentlich mit dem händler quatschen und dann wollte ich briefe lesen hallo fremder hallo wenn du etwas kaufen oder verkaufen willst bevor du weiter ziehst bin ich genau dein mann was hast du anzubieten alles was dein herz begehrt alle arten oh yeah wunderbar sehr schön so was anderes brauche ich jetzt erstmal nicht so wir hatten gesagt wir wollten jetzt eine runde geschichten lesen dazu guck mal die schönen landschaftlichen berge an und lesen erstmal geschichten pen and paper genial guck mal wir haben das auch noch nicht gelesen möchtest du wissen welche förderung für dein kind am besten ist wie übernehmen die übernehmen die untersuche in unserem gesundheitscenter infinity skies für eine bessere zukunft ne will ich nicht lass mal lieber hier haben wir die heldenbriefe das ist der meisterbrief und die spieler erst mal die spielanleitung das blaue auge das blaue auge ist ein gesellschaftsspiel für jung und alt neben deiner fantasie brauchst du nichts weiter als ein dickes feld ziel des spiels ist es den spielleiter und andere mitspieler durch nicht endwollende diskussionen dazu zu bekommen dass sie einen nervenzusammenbruch erleiden regel nummer eins der spielleiter hat nie recht regel nummer zwei hat der spielleiter doch mal recht tritt regel nummer eins in kraft er ist ja wie mit meinen kindern hast ja wunderbar also spiele ich andauernd das blaue auge beziehungsweise sie mit mir ok heldenbrief 1 name des heldens elarion drachenfreund kennzeichen löllender und größenwahnsinnig elf der nicht glittern kann zitate bravo ich weiß jetzt nicht ob das an irgendwas passt wie drakensang oder sowas kann ich da nicht sagen da bin ich leider nicht so weit drinnen der materie heldenbrief nummer zwei name des helden kairael grimm's gewispa kennzeichen liebreizende elfe heult zusammen mit ihrem wolf den mond an und geht jedem schuster aus dem weg holt ihre feine nicht aus dem baumarkt sondern stützt sie selbst zitate haltet mal alle die klappe es ist vielleicht von den rocket beans dass da irgendwie was abgekupfert ist und dass die einzelnen leute sind die dort die rocket beans sind ein recht großes team und dass das von denen dann halt so eine beschreibung auf die ungefähr ist name des helden brachlos sohn des bengra kennzeichen zwerg der jede mühthörner nach etwaigen wertsachen durchsucht lebt frei nach dem motto in jedem das seine und mir das meister zitate teilen meine faust teilt dich gleich heldenbrief 4 name des helden askrim haltrunnierson kennzeichen mächtiger magier und schürzenjäger der sich ständig selbst verstümmelt ich lasse jetzt jeglichen kommentar dazu zitate lasst mich durch ich bin magier heldenbrief 5 name des helden groby könig der holzfäller kennzeichen benimmt sich wie die axt im wald glücklicherweise betritt er nur ungern wälder da er bäume fürchtet zitat reden aufs maul dann ist er wahrscheinlich bei herr der ringe unterwegs gewesen wenn er nicht mehr in die wälder will name des helden satuan spechtstein kennzeichen streuner der jeden bibliotheker alt aussehen lässt sein kompendium an regelwerken und büchern lässt jeden spielleiter graue haare wachsen zitate ihr glaubt mir nicht dann schlagt jetzt das nach wird doch ein lehrer gewesen sein name des helden hestena kennzeichen die stimme der vernunft wenn alle stricke reißen setzt sie die detektivmütze auf und bringt die karten auf den tisch zitate das kann man sich ja auch vernünftig ach mir hört ja doch keiner zu was haben wir noch warten wir noch den master brief im mars da über der vergib spielanleitung meister brief name des helden bartesch kennzeichen gesunde ernährung und immer gut gelaunt scheitert jedoch regelmäßig an der mangelnden vorbereitung seiner mitspieler die tate ihr müsst da gemeinsam durch ihr müsst zusammenhalten im ach was soll's denn lese ich halt im regelwerk an die schön amüsant und witzig musst du auch mal was ja dann würde ich sagen ihn ja dann hat nichts mehr dann hat jetzt nur noch was aber besser hat ja das wird dann noch eine kleine gruppe von verwegen wenn ich etwas mit ihnen auf sich hätte ich alle information zusammentragen hier sollte mal jemand aufräumen aha aha okay aber dann müssen wir in ja also wir können das lösen wenn wir dort dann hingehen dann warte mal das passt doch eigentlich da habe ich doch noch was wir haben da noch einen gefährten die mir nicht geholt haben guck mal da müssen wir hier hin glaube ich genau dahin dass wir hier rein können da können wir den konverter mensch da schlagen wir doch vielleicht gleich drei fliegen mit einer klappe so aber da würde ich sagen nö mit dir würde ich nicht gehen lass mich lass mich lass mich lass mich lass mich komm nicht zu mir nicht zu mir genau das stellen wir uns hier hin oder würde ich sagen ich schaue jetzt dazwischen miese gegend der aufnahme pause miese gegend da ist es kalt aber ich bin es gewohnt ich komme daher zwischen den vorgang schaue ich hier noch mal beim händler rein ob er noch ein paar alp zauber hat nicht schlecht wenn man gut gebrauchen ansonsten machen wir uns der nächsten folge auf unserem netz gefährten zu holen den ich jetzt auf habe und dann werden wir mal den nächsten konverter besser auch noch ausschalten gibt es auch noch mal gut ep mal schauen wie weit wir kommen wir haben 100 granaten dabei das wird schon klappen dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs zuschauen ich hoffe es hat euch gefallen wenn ihr könnt dann kommen oder like mal da lassen und wir sehen uns in der nächsten folge dann wieder ich wünsche euch einen angenehmen tag abend oder morgen je nachdem wann ihr euch die folge angeschaut habt und bis dahin alles gute ciao